Und hier übernimmt jetzt brisant, trotz der Abkühlung, was für uns heute ein hitziger Nachrichtentag und damit herzlich willkommen. Dabei hatte was für eine Familie und noch eine willkommen aus den Märchenhochzeiten gar nicht mehr raus. Vielleicht haben Sie es gemerkt, Albert, Fürst von Monaco, hat nun auch sein Hochzeitsdatum bekannt gegeben. Und die, die das Königshaus näher kennen, die mutmaßen schon, was wird das nun für eine Hochzeit? Wer wird wohl geladen? Wo wird geheiratet? Und es soll einen knallharten Ehevertrag geben. Mit ihm geht's weiter. Kronprinz Frederik hat ein peinliches Thema angeschnitten. Frederik wirft den Dänen Mobbing vor. An seinem Vater. So ganz Unrecht hat er wahrscheinlich nicht damit. Die Dänen haben tatsächlich Schwierigkeiten mit Prinz Hendrik, der Liebesgedichte für sein Dackel schreibt und überhaupt als etwas schwierig gilt. Jetzt ist eine Biografie über den Ewig Zweiten erschienen.